Oh, es ist morgen. Ich muss Schorsch aufwecken. Schorsch, wach auf. Ich will nicht. Schorsch, steh auf. Wieso so früh? Lass uns eine Überraschung für Mama und Papa machen. Okay. Aber sei still. Gut. Warte, Schorsch. Lass mal Zähne putzen. Genau. Oh, ey. Leise, Schorsch. Du weckst noch die Eltern auf. Entschuldige. Blub, blub, blub. Leise, Schorsch. Ah, vergessen. Komm, wir gehen in die Küche. Lass uns Frühstück für Mama und Papa zubereiten. Genau. Ich decke den Tisch. Und die Tassen. Ups. Leise, Schorsch. Ah ja. Ich mache Spiegelei. Mit Würstchen. Mh, riecht gut. Ich mache Toastbrote. Für Mama. Für Mama. Für Papa. Peppa, Marmeladenbrote sind fertig. Mh. Gut gemacht. Jetzt bleibt noch der Tee. Für Mama. Für Papa. Ich muss Zähne putzen. Und die Kinder aufwecken. Peppa, Schorsch. Zeit aufzustehen. Schorsch. Peppa, wo sind die Kinder? Wo? Papa, wo ist's? Was ist passiert, Schatz? Die Kinder sind verschwunden. Wie verschwunden? Oh. Verschwunden also. Wir müssen sie finden. Komm, wir teilen uns auf. Um sie schneller zu finden. Hm. Hier ist keiner. Ich schaue in der Schublade. Hier auch nicht. Hm. Peppa. Hier ist sie nicht. Kinder, wo seid ihr? Unterm Bett vielleicht? Oh. Hier ist niemand. Schatz, ich kann sie nicht finden. Wir schauen in der Küche nach. Da seid ihr ja. Guten Morgen. Wir haben euch ein Überraschungsfrühstück zubereitet. Ach, meine Lieben. Gut gemacht. Lecker. Peppa, hast du das gemacht? Ja, ich war's. Und ich hab geholfen. Gut gemacht. Seiner Schwester soll man immer helfen. Hervorragend. Guten Appetit, Sausia. Hervorragend. Dяжig Wir sehen uns beim nächsten Mal.